Peppa und Schorsch sind auf dem Weihnachtsmarkt, um den Weihnachtsmann zu besuchen. Hallo zusammen! Hallo! Alle Kinder einsteigen! Wir fahren zur Hütte vom Weihnachtsmann! Luzi, was wünschst du dir eigentlich vom Weihnachtsmann? Ich weiß noch nicht. Was willst du dir denn wünschen? Ich wünsche mir eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. So eine wünsche ich mir auch. Wie kann sich der Weihnachtsmann bloß merken, was sich alle wünschen? Er macht eine Liste. Sein Schlitten muss sehr schnell sein, wenn er in einer Nacht um die ganze Welt fliegt. Es ist ein Superschlitten! Der Weihnachtsmann ist wirklich alt. Er ist viele hundert Jahre alt. Sogar noch älter als mein Papa. Hütte vom Weihnachtsmann! Oh! Ho, ho, ho! Hallo alle zusammen! Hallo, Weihnachtsmann! Wart ihr denn alle brav? Ja! Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja! Und du? Ho, ho, ho! Natürlich! Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht! Ich möchte einen Fußball, bitte! Ein Zylophon! Ein Hündchenspiel! Einen Zauberkasten, bitte! Rennauto! Ein Hüpfball! Boing, boing! Einen Zug, bitte! Spielzeugzug! Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug! Den ich richtig fahren kann, mit richtigen Passagieren! Ho, ho! Mal sehen, was ich tun kann. Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran. Entschuldigung, wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz. Wir kennen uns doch schon. Ah, ja. Schön, dich wiederzusehen, Peppa. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Bitte! Da sind Luzi Locke, Luisa Löffel, Klausi Kleff, Zoe Zebra, Molly Mieze, Emily Elefant und Pedro Pony. Peppas Freunde können sehr gut Eis laufen. Peppa will auch Eis laufen. Hallo zusammen! Hallo, Peppa! Bist du zum ersten Mal beim Eislaufen, Peppa? Ja! Soll ich dir zeigen, wie es geht? Nein, danke, Luzi. Ich glaube, ich kriege das schon alleine hin. Na gut, dann komm mit. Das ist ja unmöglich! Ich will überhaupt nicht mehr Eis laufen und damit Schluss! Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eislaufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal! Hoppsala! Dummer, Papa! Schorsch, willst du auch Eis laufen? Nö! Schorsch war noch nie Eis laufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eis läuft. Eislaufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach! Jetzt kann ich's schon alleine, Mama. Schieb, 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 gleiten. Schieb, 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 gleiten. Gut gemacht, Peppa! Guck mal her! Ich kann Eis laufen! Peppa macht das richtig gut! Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Es ist so kalt, dass die Matschepfütze zu Eis gefroren ist. Und das ist sehr rutschig. Das ist nicht witzig! Da kommen Mama und Papa Wutz. Ah, gut, eine Matschepfütze. Papa Wutz springt auch gern in Matschepfützen. Halt, Papa! Oh, 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 oh! Das macht nichts. Kommt, wir füttern die Enten mit Brot. Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Hallo, Enten! Wir haben euch Brot mitgebracht. Die Enten mögen Brot. Oh! Es ist so kalt, dass der Teich zugefroren ist. Das Eis ist sehr glatt. Wir wollten euch nicht auslachen, aber das sah ziemlich komisch aus. Es beginnt zu schneien. Schnee! Peppa und Schorsch lieben Schnee. Schorsch, wir fangen Schneeflocken. Peppa und Schorsch fangen Schneeflocken. Schorsch hat eine Schneeflocke gefangen. Peppa hat eine Schneeflocke gefangen. Da kommt Luzi locker auf ihrem Schlitten. Hui! Hallo, Peppa! Boah, Luzi, das macht bestimmt Spaß! Wir rodeln alle zusammen auf dem großen Hügel. Da liegt eine Menge Schnee. Sollen wir auch auf den großen Hügel gehen und beim Rodeln zugucken? Ja, bitte! Mami, dürfen wir jetzt raus in den Schnee? Ja, aber es ist sehr kalt draußen. Zieht euch bitte warm an. Hurra! Vergesst aber bitte auch Mützen, Handschuhe, Schals nicht. Es ist sehr kalt draußen. Peppa und Schorsch müssen Mütze, Schal und Handschuhe tragen. Los geht's, Schorsch! Peppa und Schorsch machen Fußstapfen in den Schnee. Peppa und Schorsch machen gerne Fußstapfen in den Schnee. He-he-he-he-he-he-he-he-he-he. Ohje. He-he-he-he-he. Das ist nicht lustig. He-he-he-he-he. Schorsch, ich mache einen Schneeball. Vorsicht, Schorsch. Peppa macht einen Schneeball. Peppa und Schorsch haben einen Riesenspaß im Schnee. Schorsch, komm zurück, du Babyschweinchen. Wow. Oh weh, dieses Spiel ist wohl ein bisschen zu rau. Entschuldigung, Schorsch. Schorsch, wach auf. Vom Weihnachtsmann. Seifenblasen. Kameez und Mandarinen. Mama, Papa, es ist Weihnachten. Äh, was? Es ist noch zu früh, Peppa. Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten. Oma, Opa. Keine Panik, alle Mann an Deck. Es ist Weihnachten. Es ist doch erst 3 Uhr morgens. Aber der Weihnachtsmann. Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja. Ja, er war schon da. Hier, die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg. Da sind nur noch Krümel. Ja, der Weihnachtsmann mag guten Kuchen. Und unter dem Baum sind große Geschenke. Ich hab mir doch eine Puppe gewünscht. Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus. Oh, lecker. Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen. Hier sind Knallbonbons. Hey, da sind ja Papierhüte drin. Und Partytröten. Und Witze. Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung. Eine Wanderine. Der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut. Peppa und Schorsch haben mir dabei geholfen. Wir haben ganz viel gerührt. Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht. Nicht verraten. Und jetzt die Bescherung. Yippie. Dieses hier ist für Schorsch. Es ist eine Autorennwand. Das sieht aber kompliziert aus. Wollen wir mal sehen. Das gehört nach hier und das gehört nach da. Und das gehört hier hin. Auf geht's. Achtung, fertig, los. Wommen. Schnee, Mama. Schnee, Papa. Schnee, Schnee, Schnee. Was? Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Oh, mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Oh, hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wir sehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug am Bestand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Bogen bauen aus dem Sand. Schwimmen, gehen und dann ein Eis. Frau Löffel, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi. Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama. Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt. Das wird meine Schwester sein. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mümmel. Tante. Ich kann nicht lange bleiben. Ich habe nämlich jede Menge zu tun heute. Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren. Dann bis später, Schwester. Ja, Schwester. Frau Mümmel ist über ein Spielzeugauto gefallen. Oh weh, mein Knöchel. Ich kann ja zur Arbeit hüpfen. Von wegen. Du bleibst hier und erholst dich. Aber ich habe so viel zur Arbeit. Ich werde deine Arbeit machen. Was ist zuerst dran? Der Supermarkt. Okay. Luisa, du kümmerst dich um deine Tante. Ja, Mama. Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen. Zum Glück sind Sie da, Frau Mümmel. Frau Mümmel ist krank. Ich werde Ihre Arbeit machen. Sie sind nicht Frau Mümmel? Nein, ich bin Ihre Schwester, Frau Löffel. Muss ich hier sitzen? Äh, ja. Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein. Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einen Gutschein. Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Karte zahlen? Ähm. Luzi Locke hat ihr Krankenschwesterkostüm an. Keine Angst. Ich tue nur so als Krankenschwester. Strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen... Ah. Ah. Hier bei Luisa Löffel. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut, denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag. Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mümmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe. Alle kommen zur Geburtstagsparty von Edmund Elefant. Oh, meine Helfer sind auch da. Hallo, Frau Elefant. Na, dann kann die Party ja losgehen. Wer spielt denn gerne Stopp-Tanz von euch? Ich. Also, das Spiel geht so. Ihr müsst tanzen, solange die Musik läuft. Und wenn die Musik stoppt, hört ihr sofort damit auf. Achtung, fertig, los. Kopf und Schulter, Knie und Fies. Los, jetzt tanz doch endlich. Ja, 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 ja. Linus und Edmund sind auch raus. Und damit hat Sina gewonnen. Du kriegst eine Medaille. Die ist aus echtem Plastikgold. Mama, mit Stopp-Tanzen sind wir jetzt fertig. Wunderbar. Dann spielen wir jetzt das Wandernde Geschenk. Ja. Solange die Musik läuft, wandert das Geschenk in Kreis. Und der, bei dem die Musik stoppt, der wickelt das Geschenk aus. Achtung, fertig, los. Schorsch, gib das Geschenk weiter. Edmund bekommt eine Medaille. Beeil dich ein bisschen, Linus. Mach einfach das Papier ab. Linus bekommt auch eine Medaille. Schorsch bekommt eine Medaille. Mittagessenszeit für Baby Alexander. Sieh mal, deine Cousine Peppa gibt dir heute den Brei, Alexander. Bitte schön, Baby. Oh, hier, lecker. Er dreht immer seinen Kopf weg. Baby Alexander zu füttern ist ziemlich schwierig. Guck mal, hier kommt ein Flugzeug an. Alexander mag's gern, wenn man spielt, wenn man spielt, dass der Löffel ein Flugzeug ist. Versuch du's nochmal, Peppa. Hier kommt ein Flugzeug an. Schönen den Mund auf und rein in die Garage. Hurra! Das war ein Flugzeug. Das war ein Flugzeug. Kannst du das schon sagen? Flugzeug. Ich sag dir doch, er spricht nicht. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Peppa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Nein. Das war Mama. Ich dachte, Peppas erstes Wort war Papa. Nein, Mama. Was hat Schorsch denn als erstes gesagt? Bordia. Das erste Wort von Schorsch war Dinosaurier. Sieht so aus, als hätte hier jemand gut gegessen. Ja, jetzt wird gebadet. Baby Alexander wird gebadet. Das ist der Dinosaurier. Sag mal, Dinosaurier. Papa. Er spricht nicht, Peppa. Aber irgendwann spricht er bestimmt. Und dann wisst ihr endlich, was er will. Was willst du denn jetzt machen, Alexander? Papa. Ich glaube, er möchte ein bisschen rausgehen. Laufen kann er noch nicht. Aber wir fahren ihn im Buggy spazieren. Gar nicht übel, dieser Buggy. Ja, Fünfgänge, Schmutzfänger und ABS sind Standard. Bla, bla, bla. So reden nur Papas. Peppa und Schorsch haben Wassereimer geholt und Mama Wutz hat Balance. Was mag das wohl für eine Geburtstagsüberraschung sein? Papa kommt. Schnell, zurück zum Haus. Papa Wutz kommt wieder nach Hause. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz. Danke schön euch allen. Hui, das sind aber viele Kerzen. Weil du eben schon sehr, sehr alt bist, Papa. Du musst versuchen, jetzt alle auf einmal auszupusten. Haha, ich gebe mein Bestes. Hurra! Und hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Dankeschön. Neue Gummistiefel. Fantastisch. Die probiere ich gleich an. Peppa, Schorsch und Mama Wutz tragen Gummistiefel. Papa Wutz trägt seine Geburtstagsgummistiefel. Papa Wutz hat eine kleine Pfütze entdeckt. Mal sehen, ob die Gummistiefel funktionieren. Die Pfütze ist ein bisschen zu klein für Papa Wutz. Hm, ich bräuchte eher eine größere Pfütze. Warum versuchst du es nicht mal hier drüben, Papa Wutz? Oh, was ist denn das? Das ist unsere Geburtstagsüberraschung. Psst, psst. Was wird denn das? Eine große Matschepfütze. Fantastisch. Meine Geburtstagsgummistiefel sind perfekt. Habt ihr Lust, mir in meiner Geburtstagspfütze-Gesellschaft zu leisten? Papa Wutz liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Das ist der schönste Geburtstag von allen. Solange sie wegschaut, schleichen sich die anderen an. Dreht sie sich um und einer bewegt sich noch, muss der zurück zum Start. Schorsch, du musst zurück. Du hast dich bewegt. Hab dich gewonnen. Ich war noch gar nicht so weit. Man darf aber losgehen, wann man will. Oder, Schorsch? Jetzt ist Chloe der schlaue Fuchs. Peppa und Schorsch müssen ganz stillstehen. Wääh. Peppa, du hast dich bewegt. Los, nochmal. Das ist gemein. Du guckst zu lange. Man darf aber genauso lange gucken, wie man will. Du musst zurück. Schorsch hat gewonnen. Können wir was anderes spielen? Ja, aber nur, wenn es kein Babyspiel ist. Genau. Wir spielen mein Lieblingsspiel. Willst du raten? Schorsch, hast du eine Ahnung, welches Spiel sie meint? Peppas Lieblingsspiel ist, durch Matschepfützen zu hüpfen. Schorsch, wenn du um Matsch herum springst, musst du Gummistiefel anziehen. Ich hab auch ein paar Pappermistiefel für dich, Chloe. Ich bin schon zu groß, um im Matsch rum zu hüpfen. Oh, genau wie ich. Schorsch liebt Matschepfützen. Peppa ehrlich gesagt auch. Aber das mag sie nicht zugeben. Endlich mal wieder im Matsch rum hüpfen. Mama und Papa Wutz lieben Matschepfützen. Sieht lustig aus. Ja, und wie. Das ist vielleicht ein Spiel, bei dem große Mädchen dringend mitmachen sollten. Ja, das glaub ich auch. Ich komme. Ich komme. Peppa und Chloe lieben Matschepfützen. Alle lieben Matschepfützen. Auch große Mädchen. Es ist noch sehr früh am Morgen. Ich hab Geburtstag. Schorsch, wach auf. Ich hab Geburtstag. Wir feiern heute eine Party. Und Papa macht eine Zaubershow. Schnell, Schorsch. Wir wecken Mama und Papa auf. Mama und Papa Wutz schlafen noch tief und fest. Wach auf. Ich hab Geburtstag. Wach auf. Wie spät ist es? Es ist sehr spät. Es ist 5 Uhr früh am Morgen. Ja, der Tag ist schon bald um. Na gut, dann fangen wir sofort an zu feiern. Yippie. Mama, Papa und Schorsch geben Peppa ihre Geschenke. Herzlichen Glückwunsch, Peppa. Oh. Was ist denn das? Ein Puppenkleid. Das ist was für Teddy. Danke, danke schön. Gern geschehen, Peppa. Ich wusste gar nicht, dass Teddy ein Mädchen ist. Oh, Papa. Natürlich ist Teddy ein Mädchen. Mein neues Kleid ist sehr schick. Danke schön. Gern geschehen, Teddy. Mach es nicht schmutzig. Weißt du, was als nächstes kommt, Peppa? Ja. Meine Freunde kommen zu meiner Geburtstagsparty. Und Papa macht eine Zaubershow. Ha, ha. Niemand wird ahnen, dass der Zauberer dein Papa ist. Du musst mich ankündigen mit Der Unglaubliche Mysterio. Der Glaubliche Mr. O. Ja, Der Unglaubliche Mysterio. Papa hat die Zaubertricks gut geübt. Wochenlang. Meine Freunde kommen. Yippie. Da sind Peppas Freunde. Molly Mietze, Luzi Locke, Klausi Kleff, Luisa Löffel und Pedro Pony. Hallo alle zusammen. Herzlichen Glückwunsch, Peppa. Schorsch, es ist viel zu früh. Sausia. Geh zurück ins Bett. Klingt, als wäre da jemand schon frisch und munter. Herzlichen Glückwunsch, Schorsch. Schorsch hat mich geweckt. Du hast auch alle geweckt an deinem Geburtstag, Peppa. Das ist was anderes. Das war mein Geburtstag. Und heute ist Schorschs Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch, Schorsch. Hier ist dein Geschenk, Schorsch. Uh. Sausia. Ich wusste, dass es irgendein Dinosaurierding sein würde. Drück mal auf seinen Bauch. Wie schrecklich. Schorsch, ich habe dir eine Geburtstagskarte gemalt. Rat mal, was ich dir gemalt habe. Schorsch kann es nicht erraten. Ich wollte dir eine Blume malen. Schorsch mag keine Blumen. Aber dann habe ich dir etwas anderes gemalt. Einen Sausia. Das ist ein sehr schönes Bild, Peppa. Ja, ich kann sehr gut malen. Jetzt machen wir noch einen Ausflug als besondere Geburtstagsüberraschung für Schorsch. Yippie, los geht's. Wohin fahren wir denn? Ihr werdet schon sehen. Die Familie fährt los zur Geburtstagsüberraschung für Schorsch. Gehen wir in den Zirkus? Nein, aber es ist genauso gut. Ähm, gehen wir ins Kino? Nein, viel besser. Ich komme nicht drauf. Wohin fahren sie bloß? Wir sind da. Familie. Papa Wutz, Peppa und Schorsch schmücken das Wohnzimmer. Das macht Spaß. Oma und Opa Wutz kommen, um Mama Wutz zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Kommst du nicht mit uns rein? Oh, ich darf noch nicht. Papa Wutz, Peppa und Schorsch haben noch geheimnisvolle Dinge zu tun. Wie aufregend. Bis später. Tschüss. Mami, willst du nicht mal langsamer reinkommen? Ja, unbedingt. Schließ die Augen. Aber nicht heimlich blinzeln, Mama. Eins, zwei, drei. Öffne die Augen. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Was für eine schöne Überraschung. Blas die Kerzen aus und wünsch dir etwas. Mami, Mami, pack dein Geschenk aus. Weißt du, was es ist? Nein, kein Schimmer. Sieh schnell nach. Welch ein wunderschönes Kleid. Du bist wunderschön. Nun müssen wir aber auch noch fein ausgehen. Was ist das? Zwei Theaterkarten für heute Abend. Dankeschön. Mama Wutz geht sehr gerne ins Theater. Und Oma Wutz und ich passen so lange auf eure lieben Kinderchen auf. Hurra. Was für ein super Geburtstag. Ich bin die glücklichste Mama auf der ganzen Welt. Und die allerschönste. Schorsch, ich werde nicht schlafen. Lass uns die ganze Nacht wach bleiben. Ich will die Zahnfee sehen. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? Schorsch, hörst du das auch? Ach, Schorsch. Das Geräusch kommt nur von Schorsch. Er ist einfach eingeschlafen. Schorsch ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Pepper schläft tief und fest. Hallo Pepper. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist. Schönen Dank Pepper. Schlaf gut. Peppa, Schorsch, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich habe doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Pepper. Die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra. Hurra. Du hast also doch geschlafen, oder? Ähm, also vielleicht, aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Hahaha! Haha! Haha! Hahaha! Hahaha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017